ja und willkommen mein name ist daniel p und ich bin mit dem mario master wir begrüßen euch zurück zu rafter ja schön wir haben die grundbedingungen die wir überleben haben jetzt erfüllt naja aber irgendwie komme ich jetzt nicht mehr an objekte ran weil er stimmt stimmt was du hast anker abgeworfen ja ja ich glaube ich kann ich dir nicht irgendwie wieder reinziehen ich kann den entfernen aber dann geht er glaube ich ganz weg wieder ich wollte da nämlich hingehen und die sachen einsame das ding wird bestimmt irgendwie eine menge zeug sein so die theorie ich habe die letzte schon immer entfernt und dann ist das ganze ding wieder ja abgerissen worden ich bin eine sekunde im wasser drin gewesen hätte ich hätte näher da angehen so eine geht ja nicht warum blicken herr plan ich auch war das sieht so verdächtig aus da vorne deswegen oder habe ich irgendwo meinen anderen anker noch gehabt muss das ganze ding noch mal abreißen war kannst du darüber machen ich kann ja nur ich kann auch nur drücken zum entfernen naja naja na gut der volk hat ja noch ein einmal anker ich würde aber da hinten nennen vielleicht beim nächsten mal was aber hat nie wieder finden ja vielleicht deswegen so sollten wir die insel noch einmal bevor wir sie vergessen dann also zum seele können wir uns herstellen zum beispiel aber ich so viele palmenblatt und planken mein gott ich habe gerade drei bekommen da ich bin davon man sie irgendwann zu essen ich habe immer so ein paket hier ich habe noch ein fisch du hast gelernt flagge geil geil was doch gerade man weißt du warum es hier gerade passt naja wegen der järben genau da eines wasser das habe ich nicht ja zwar zweimal schrott eine rote rüber also eine rote rüber eine rohe rüber und platz da muss so wenn meine kunststoff die blanke die bürde planke die blanke noch mehr fass hier noch ein bisschen fass irgendwas zu essen hier völlig da müssen salzwasser hey gott da muss er essen und trinken so schnell so tut er kein mensch verhungern und wollte ich gerade sagen und ein sind wieder zwei sachen das wäre so eine schachtel schachtel oder du so reine hat hat ja okay wer will die rechte maus das zurück und drückst du kannst du trinken einfach rauskippen da ist schon vieles bekommen war dekorationspaket verhofft mir diese sachen zu gehen die kann man nicht essen ich habe zwei dekorationspakete bekommen cool so war ich glaube ich verhungere auch gleich ich glaube ich muss sagen wie sehr bist du am verhungern ich habe vielleicht nur noch einen balken hier in dem du den fisch nicht gegrillt habe ja eigentlich müssen wir müssen fischen nehme ich eine rüber ich habe drei rüben die nacht die nacht bricht ein zu trinken und damit wasser wasser essen essen wasser 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 essen 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 kann ich sehe schon wieder nichts was wir schlafen ja wir schlafen wir schlafen wir essen danach fertig das war cool keine ahnung ich bin einfach mal sich gerade weil wir jetzt erstmal ein bisschen zwischen fischen 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 gar was getrunken warum nicht jetzt schon wir haben wir haben die nacht geskippt natürlich kriegen wir durst nein meine angel ist kaputt snack der ja schon wieder habe ich das gerade erst reparieren lassen so geiler wurf gibst du mir das gefächs wo ich der heirat schnappt und ich damit verbaut einfach sondern einfach so mit der seil und stoff ja noch mal so samen die konnten wir glaube ich an pflanzen irgendwie ja ich brauche noch planken ich habe jetzt im flanken was brauchst du für was brauchst du hat für die angel ok zwei braun zwei brauche ich ja du kriegst du allein sollte welche geben ja das war ich suche mal nach welchen da kommt jedenfalls noch nicht so das war das fasse ich nicht doch ist ja nicht zu fassen naja sie ist wasser damit ich will ganz hat ihr wasser rein nein nein ist das was ich ich lasse ich nicht gehen also auch heute heiser das war das was mir wert ja so lange dann geht es daher bin fast voll mit meinen trinken weil ich die ganze dir wasser am kochen bin ich war auch wieder trinken und ich brauche auch wieder essen gar nicht am kochen ist weil keine pflanzen war ok trinken mäßig geht es mir gut aber ich verrufe ich verrufe ich bin voll mit trinken ja mir fehlt noch ein viertel ja cool ok das war eine schwere insel schwimmer darauf zu ich glaube ja ein bisschen damit so ein segel ich brauche 20 palmen ich war noch neun palmblätter manchmal ein säge machen damit um schnaubert bringen achten segel ich verstehe die ganze sege die köstlichste kreatur ja so fucking köstlich ein paar palmblätter vielleicht dann kann man dahin steuern ich baue neun stück noch ich war sieben stück ich brauche sechs stück moment muss eben meine fische nehmen weil ich gleich verhungern werde ich kann mir mal eine axt herstellen oder so ich habe nicht weil ich bin mir ein segel herstellen ist aber wort gang das war ja das war nicht meine absicht gewesen also was braucht es du brauchst blättern ich habe leider nur eins ich habe leider nur 1 so viele sachen hier in unserer nähe leinten sie ist ja so viele sachen ja ich brauche noch vier stück kommen ja ich brauche fünf stücke noch so fast da sind doch bestimmt blätter da ist ein fast da war nicht blätter drin war zwei blätter irgendwo irgendwas 20 partei findet dann sollte man nicht bei den gleichen stellen hier ziehen nehmen wir uns die ganzen sachen hier weg hier schwimmt doch von mir davon nein nein oh gott ich brauche zu essen ich brauche noch ein blatt da ist eins aber ich kann nicht rennen weil ich habe so säge mein gott wie wird er platziert so sagt ja jetzt kann man schauen wobei jetzt kann man steuern wo wir hingehen jenheiten zu die insel muss ich doch irgendwas geist geben ich soll erstmal ich bin davon wenn du in irgendeiner richtung willst wenn er gedrückt als kannst du das ding drehen in die richtung muss erst mal ich muss erst mal fischer angeln ja ich auch es ist wieder einer dieser tage wo ich mich wieder frage ein fisch wird gegart oder eben sind so viel was gewählt dahin zu schwimmen gehen wir auch in die richtung das ding ist eingedreht trotz der winzig noch mehr ein fisch übrig lassen können es werdet war ich gleich am vornamen ja ja ich angele hier weiter ich auch irgendwie geht man gar nicht dahinten in die richtung kann man so einen motor bauen ich bin kurzer vorn warte wo sind unsere grills jetzt ist du die beiden fische ich habe noch die hälfte also ich werde ich werde gleich die nächste fuhre aufsetzen die werde ich dann essen und da hat das von jemanden der eigentlich gar kein fisch mag ich bin ich auch halb voll wieder so irgendwie kommen wir nicht mehr an die insel das ist aber der ist noch nicht fertig kollega schwimmst du mal in die richtung ich habe steigen gedreht muss ich das reinblasen hat das klang falsch bro paddel natürlich mein paddel leben erstellen mein gott so geht er jetzt automatisch dann tue ich ihm dahin paddeln dein fisch ist fertig das sind meine fische aber eine kartoffel ich habe eine menge kunst auch damit wäre ich doch schon irgendwas machen können wir sind forschungstisch dem man bestimmt auch bestimmt die bestimmten wie sagt wie er der dieser eine tisch in minecraft wo man zeugs kraften kann nötig um neue gegenstelle zu erforschen naja ich kann mal zur insel leiten was so eine axt oder irgendwie sorgt damit wir irgendwie dabei die dingen zier ich kann damit gar nichts davon dienen ich habe naja ich war wieder blätter dann kann ich mir eins herstellen eine axt oder irgendwie sind ja auch keine sachen wir haben rumschwimmen gerade effektor moment kalt und fischen eigentlich naja schreckt mich doch nicht so ich habe auch keine planken mehr ich bekomme ich doch genug da war mal bitte unser fluss wieder größer besser weil wenn der hei noch mal davon wächst nicht ich glaube dann für ihn wir unser bett das zeug ja ich werde schon auf dem weg dahin steuermann steuere die insel zu werden axt machen damit irgendwie an die dinger da die bäume naja ich kann es mir nicht machen mit den seilen und mit den auch planken ja ich war sechs planken und seile ich habe gar nichts gerade sich doch hier habe ich immer nicht da ich fange mal an zu angeln ja während du dahin während du uns dahin bringst ich muss noch mal eine rübe platzieren man muss am wasser ja schon mal ja genau bereit war ein bisschen wasser vor ich fange uns das essen und du kommst dich um den rest ja wirst du befehlt ihre verteidigung und verletzt nur noch halbbreite da hinten da ist der lud geht nach mich muss ich noch gemacht und dann muss ich da die ganze zeit drücken weiß es nicht ich habe ich habe ihren fluss jetzt hier ein segel hingebracht wir bringen da nichts irgendwie aber wir kommen zumindest näher ja weil ich die ganz am teil bin wie ein weltmeister hier ja das ist ein held kaputt wenn er zu weiter geht ok da war es nicht das bist du drin aber wir haben wir kriegen hier im wesens neuen lupen land ahoi gleich noch mal ganz nah daran der hand hat kann wird genau davor kaputt gehen na okay aber das ding bewegt sich nicht also dürfte ja eigentlich nichts passieren ich habe vielleicht hier zurückkommen und alles weg das ding visiert sich oder so nein hast du hast du zwei planken und zwei seile ich habe ich habe zwei planken aber ich habe nur seile war aber ich hatte das war echt von dieser insel weg gehen ich glaube das tut nicht dahin gehen weil gegen die strömung geht oder geht das jetzt muss ich extra die ganze zeit dran bleiben bewegt sich das ding vorne ich weiß doch nicht ich bin noch kein ich bin noch kein schiffstechniker er bewegen wir uns mehr an die insel oder nicht ne ich glaube wir bewegen uns davon eher weiter weg ich kümmer mich erst mal ums essen oh mein gott gut dann gehen wir woanders hin so kurz vor der insel müssen wir umdrehen gibt es jetzt nicht mit der krise mussten schlack wasser trinken meine güte ich glaube ich muss auch immer trinken ich bin die ganze zeit platzieren ja ich habe ich habe bereits neu platziert jetzt ja ich habe gerade einfach so deine rüber geöffnet hat ja mach ruhig ich tue gerade am fischen ist eine vision nirgendwo jemals am auftauchen gerade im fassen für sich die ganze zeit buntbarsch und mein angegeht aber gleich kaputt ich habe gerade gesehen dass ich überhaupt keine angeln mehr habe ja aber ich habe keine planen und ich habe keine seile seit ich kann mir gar nichts machen sagen dann fisch ist glaube ich fertig gewesen ja das sammeln geht weiter dann anscheinend ja da geht mir aber zeugt ich war einfach alles hier jetzt tun wir uns bewegen in die andere richtung ist es natürlich perfekt gegangen gibt es jetzt nicht jetzt ihr habt ihr habt es was das ist nicht nichts gutes dinge wissen wir sind nur eine planke da wäre jetzt die musik abenteuerhaft ich meine wir sind mutige abenteurer abenteuer nein schaffe und seit dem segel umgedreht ja ja keine so viele sachen ja ja da war viel drin sogar dekorationspaket da muss man essen ich sehe nicht jetzt so dunkel ich kann ich kann nicht hören es ist dunkel hier ich bin mehr als halb voll gott sei dank brauchst du essen oder trinken naja ich bin ziemlich okay gibt's nicht ich auch weiß man das ja auch nämlich ich kann seine flagge machen ist die segel ihr landratten da kommt legen und schlafen also kunde gemeint hat gemeint hat gemeint hat gemeint hat nach ich bin es was hat wörtlich na alter kann man nicht mal in ruhe schlafen na es war frühstücks getränken einnehmen wir da ein fass zwei fass dekorationspaket könnte man aufhören uns hier und was zu essen so dann ist schon wieder eine insel oh mein gott sagt die am schwanken ach nee kommt hier doch so gehen wir mal dahin hoffentlich funktioniert hat diesmal sehe sogar zwei inseln zwei oder ist auch eine hast du keine haken mehr oder warum gehst du ja manchmal rein ich wollte mir ich wollte schneller sein mehr nicht doch ich habe schon mehr zwei dekorationspakete sich mal noch die dann schon wieder her so fahrt schon wieder so fahrt wie viele so fahrt gibt es ja bestellt soll ich denn motivation spruch was soll ich mit dem scheiß ich gebe die gleiche modi bruch ist doch zu viel verlaut okay die insel die klima auf jeden fall ich habe eine stein hat zu erstellen ausgezeichnet hier ist nix aber wenn ich irgendwo rein kann hier bleibt stehen ausgezeichnet hier ist nix hallo warum ist hier nix größer der bambus kann ich das haben machen wir es ja nichts ich habe gerade bäume gesehen da oben komm her ein stück gibt gibt blanke kokosnuss palmblatt planke kokosnuss auch mein gott dem ist mit dem ist bild ich kann nicht jetzt eine andere weißt du blume wo bist du nein redakt segel um jeder dran drück er gedrückt ich habe säge ich habe säge gedreht ja fest nicht weg so melone so viele tolle sachen sachen und alter beeilig ok ich nehme an hier gibt es zwei schaden ok oh mein gott setzen wir die segel da habe ich alles bekommen schwarze blume wasser melone schwarzer samen wir haben aber keinen garten dann kommen wir mal sind auch noch von blumen nämlich sehe ich gerade weißer samen weiße blume wasser melone das kann man essen ja ok ok ich mache mal frühstück ich packe mal ich packe mal ein paar sachen der rein die ganzen samen pack ich mal da rein ins lager blumen was euch damit blumen ich brauche was zu essen was hat hier rote blumen wo ich habe drei kokosnüsse eine anlass wasser melone ist geil ja stimmt anders noch nie probiert jetzt kommen wir natürlich wieder zur frage aller fragen bevorzugst du ist pizza auf anderen also anders auf pizza zu essen ich habe sonst mal normale anders aber bist du so so pro oder oder kontra von pizza war kontra war vielleicht noch nie probiert haben ich auch weil anders auf so eine geile pizza das geht das geht nicht das ist das ist wie gurken auf burger das ist das ist absolut er wäre es gurken auf burger habe ich auch erst nicht gemacht aber da habe ich mich dann gewöhnt ja 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 ich habe drei kokosnüsse und ich habe immer noch hunger und tour sein ist noch eine insel das mal dahin gehen ja dann geh dahin während ich etwas während ich etwas trinke sah weil hunger mäßig sieht es bei mir relativ gut aus ich habe halt noch ich habe noch die hälfte an wasser ich aber aber es ist ja kein problem ja ich habe ja ich habe ja den zweiten eingesetzt und gerade wird da reinpacken aber hat er schon da reingepackt da ist die nächste insel damit nein so kommst du mir ein du kommst mir ein ganz doll du du kommst mit und du kommst mit ja du auch du kommst du rein du kommst du kommst hier auch rein du kommst du uns paket hat um ein diesmal erfinden was gelernt flagge wie viele flanken gibt es in den sieht aus wie japan sieht aus wie japan nur grau anstatt rot das ist auch eine rohe rüber ein stück ein glatt maul kaputt so du einfach über den kopf ziehen das segel das hat sich nicht gelohnt so weit ich tu mal ein forschungstisch hier platzieren ja ich mach mal das floss ein bisschen größer so wenn wir ein bisschen mehr platzt haben dann machen wir mal hier ein so oh god was hat denn netzkanister exklusives pulver what metallsperr metallfall platzieren um gegenstand weiße blume erforschen gelbe blume erforschen okay ich habe die gelbe blume gerade erforscht weiß nicht was hat gemacht planke gehen wir weg lassen mich auch dran doch ganz ehrlich sagen wenn ich daran bin ne so gehst du mal in die richtung bitte das haben wir gleich probieren wie vorhin wir wegen uns nicht dahin du packst irgendwie ein gegenstand da rein dann wird irgendwie erforscht glaube ich was hat bringt weil sie nicht da mache ich wieder mein mächtiges paddel bereit da kann schrott erforschen was gelernt laterne mit einer anbaufläche ja jetzt auch mal machen am bauflächen kann einmal machen oh mein gut nötlich beim melken was soll man ja melken die fische so ich glaube damit der insel wird nichts mehr eine farbmühle bekommen schrotten ich brauche moment mal bolzen habe ich doch oh mein gott den habe ich ja weg 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 vom bolzen mein gott radios du so kann man ja hier ihr metall angel stabiler und professioneller eine metallachs widerstandsfähiger und schrotthaken let's go oh mein gott große anbaufläche lässt die bäume züchten dafür brauche ich noch ein hagel bäume züchten auf dem floß ja klar und das bessere daran ist ich habe noch nägel ich habe die ganze eine der fehler folgen und ein fang zur schau zu stellen große anbaufläche sammeln jetzt fängt automatisch objekte ab die hinein schwimmen ja das ist gut das habe ich oder seien nagel bohr jetzt geht es richtig los hier sammeln jetzt verbrauchen wenn dafür dafür klanken seile und nägel nägel habe ich wir brauchen nur seile und wir müssen glaube ich so unter den dinger platzieren und dann tun alles oder einen breiten müssen links ich brauche ich brauche eine planke kann ich mir erst schneller haltbar und kann weiter geworfen werden schrotthaken machen ich brauche noch eine planke hast du eine planke ich habe nicht eine einzige planke ich brauche mal dahin aber dahin ist nun fast so weit weg so werde ich nicht überleben weil du kannst du musst halt die ganzen objekte da rein setzen setzen damit du halt bessere gegenstände machen kannst naja warte lass mich mal ich habe ich auch irgendwas irgendwas neues noch ich habe schrauben hier der schon voll der voll namen überall schon das möchte ich mache gerade wissenschaft schwarze blumen nehmen das kann ich ach so ach so was ist so das ist das ist das sehe ich glaube wir sollten essen ich kann ich erst nicht habe ich habe keine an ich habe gar nichts ich habe aber noch ich habe immer noch zu essen ich habe noch eine belohne scheiße jetzt habe ich einen rohen fisch gegessen geht es noch hervor zwei heringer ein paar sachen erforscht zeugs endlich mal wieder zeugs ein stück aber da ganz hinten ist ein fluss da schwimmen auch ganz langsam hin Gott sei Dank aber jetzt ist es so dunkel im flanken da packen sie jetzt hierbei rechts melone aber die ganze millione gefüttert wurde die gesamten die ganze mit lohnen die war so wusste konnte man zweimal essen haben wir aber mehr durst als hunger gegeben so dahinten das ding hat schnapp ich mir los wird dahinten schwimmt das ding einfach durch unser fluss durch so sage ich da ein kollege okay große schätze große schätze planke bolzen schreibt mir aber ja fast gar nichts drin jeweils nur einen davon auch noch da setzt ja wohl noch mit dem ding erreichen kann so habe ich wieder planen sagte er während hier drei planken der ganz vorbei das gibt es nicht damit diesen blöden ding er man könnte meinen irgendwann kriegt man das raus aber nein reicht euch hier ich habe noch ein dicker urzums beginnt habe ich ja gar nicht gesehen was kriege ich denn zum teppich ich mache mir erstmal ein schrotthaken so so ich tue mal einen metallangel herstellen das ist eine gute idee ich brauche da nicht so viele sagen ich habe kein bolzen die kennt die war nicht steine ich weiß auch nicht wo ich meine rohrbund barsch oder das insel wieder da gehen wir sogar drauf hin los seile machen und hier ist einfach das ist ja nicht zu fassen eine rohe makrele ganz viele sachen der fischen wenn wir schon dabei sind ja vorsicht ich habe schon gesehen wieder da losgegangen hier ist das mischstück schon gesehen wie der voll langsam drauf losgegangen ist so hat schnapp ich mir teil wo links ist ein fass auf der linken seite links auf park hat wir wie auch immer ein backboard park park bringen näher links ist aber steuern links rechts nach steuerbord links ein unterschied ist ja rechts nach steuerbord links nach backbord mein magen ich werde mal so das könnte sein magen sein mein gott erstmal muss ich mal ins lage ich muss ich muss mal essen mein gott ich muss meinen ganzen fisch hier ich habe im wels gefunden und welts ich muss schon wieder was betrinken ok damit süß ich versuche mal ob ich da die insel da reingehen kann aber erstmal wo ich mal essen weil sonst kann ich nicht reden was mache ich muss loben da drin ich habe mit meiner axt und so ok so kann ich rennen was kommen da los einfach das lot wartet auf mich da passt ja nicht hin was mein welt ist zu massiv für das ding verdammt das hätte warum einen größeren grill ich gehe auch sage ich meine schätze die blumen tue ich jetzt nicht einsammeln irgendwie weiß ich nicht was wir mit dem machen sein so palmsamen hey gelbe blume weg damit ananas herr damit flanke ananas samen hohe ich glaube wir sollten mal langsam so felder anbauen und langsam finde ich hier sachen die waren pflanzen können gelbe blume weg damit du wirst du wirst du wirst du wirst das mango war nein ich bin voll warte wo es hat los muss ablos hallo 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 ein paar sachen einlagern da ist noch zeug darauf so erst mal habe habe ich hier habe ich meine ich fange wieder an zu wischen ich habe ich bin relativ gut gefüllt ich mache jetzt irgendwo süß war glaubt nicht na warte da bin ich noch nicht fertig mit was haben wir dann haben wir irgendwo hier so ein muss man die sachen die anbauen hier an baufläche seil lässt sich pflanzen züchten lässt sich größere pflanzen züchten letztlich bäume züchten nein nein meine pflanze hat eine pflanze gemacht vier vier minuten haben wir überhaupt noch 46 minuten gerade geht noch ein bisschen so ich trinke noch kurz vor ich bin gut gefüllt hatte ich angele hier noch ein bisschen wasser getrunken hat dann hier du sollst du nicht sonst nicht salzwasser trinken das ist nicht gesund hast du zweimal schrott weil ich den größeren anbaufläche für uns machen das ist eine gute idee tatsächlich ich verstehe mit kuh kann nicht gefallen lassen aber schrott kann ich dir geben wie viel brauchst du noch mal zwei stück da liegen sie so so dann tue ich mal eine anbaufläche in der mittlere ich habe irgendwie sahen gefunden oh gott ich glaube wir müssen unser fluss größer machen ja wenn er dort hin und wieder machen könnte es sein jetzt wie mache ich da die jetzt ich habe ananas sagen ja platzieren ja es gezeichnet man ist das tier es war auch frisches wasser kein problem nämlich mal hier einmal für oder so nach lager benötigt mehr benötigt um mehr gegenstellen zu lagern und scharnieren kriegen schon hierher da steht sogar auch passt auf eine größere anbaufläche was muss man hier mitmachen dass sich größer pflanzen wie tue ich jetzt wasser da reinpacken doch ja sie ist was da muss man wird das ding wächst ja da haben einmal nützlich beim melken dann gehe ich noch mal auf die insel die insel und hat diesen ein baum noch kaputt der verschwindet sofort so schwer habe ich den kaputt beim samenplanke du bist eine planke ich glaube ich habe ja alles eingesackt blumen aber ich weiß nicht was wir mit dem machen nicht nur richtig unter wasser irgendwie zeugs ich mache ich mache mal essen ja mach ich jetzt auch doch mache ich jetzt auch gerne mal krehen mache ich doch habe ich doch doch ich weiß gar nicht was du von mir willst da bin ich ja mit dem ding jetzt setzt das segel und bringen uns in neue gefilten ja bremen bringen uns in neue gefilten und damit in neue abenteuer nach ok da immer morgen größeren grill ich habe hier ein fisch mit dem ich anfangen kann ja du hast den welsen ja ja der ist zu groß vor den grillern scheiden ja so dass der süßwasser also stück vielleicht mal ich glaube ich sollte gleich einfach mal schwer machen ich habe eine flaschenpost gefunden flaschenpost ich bräuchte kunststoff wenn ich jetzt noch sechs also noch fünf kunststoff gekriegen kann ich mir sogar 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 ein stein schmerz machen der vorgesehen davon dran hat rex vogel diese flasche sehe ich habe eine kerze warte hier ein kleines nacht licht nacht licht cool jetzt müssen wir keine angst mehr im dunkeln haben haben wir auch kleidung slots aber irgendwie habe ich noch der ist auch zu groß der lachs ist ja sehr groß ja hat es wirklich groß du hältst du da also als wärst du schrot geil ja kein wunder du nutzt ja wahrscheinlich eine metall angel ich glaube damit kannst du bessere fische angeln da muss ich ja öfter gießen wir bräuchten mal so langsam wieder lud ich habe kerzenflasche gefangen ja dann kann man im dunkeln mal sehen ja das segel weg fragt uns einfach wir lassen uns einfach von der see treiben ich habe noch eine makrele da hat man noch alles lagerräume einfacher grill holz schwer sei wofanker ich habe hunger sehe ich gerade also mir geht es im moment noch gut so dass ich war jetzt schon wieder knurren natürlich ein bisschen angeln ich öffne das segel setzen wir die segel rohr bunt barsch der wird ja wohl klein sein ja mein gott setzen wir die segel in richtung ende des rohr herring meine angel ist kaputt ich habe glaube ich ich stimme ich habe kein polzen ich habe keine seile man braucht ein großes feuer um dieses ding zu tun das ding sieht lustig aus als in dieser beschreibung ja was ich glaube dann ist das ist noch nicht ganz fertig fliegen in v formation warum die verlaufen aber tatsächlich also da ist eine mühe finger weg von unserer ananas ja weg ja versuche das ananas zu lesen da gibt's doch nicht jetzt habe ich die schon wieder fallen lassen so aber jetzt habe ich nicht so kann ich den welt sind wir kunden erforschen beim sagen plan für eins erhält es nicht aber ein hübsches was dafür die beschreibung schwart rohr bunt barsch dieses ding sieht lustig aus ja noch nicht bei mir hier war weißt du war was es würde für die beschreibung beim stein gibt schwer punkt punkt oder kunststoff jetzt das ist aus plastik plastik und er ist der tot ja ich habe vogel getötet was meiner auf jeder ich habe hähnchen flüge schenke ich kriege ich krieg schon wieder ich habe schrift fleisch von dem wir kommen wo ist der rest dieses heißen rohs heifleisch es sieht aus wie ein bummerang ein paar fehler kriegen wir hier ein hähnchen schenkel so viel essen mein gott ja so viel essen essen und es ist nacht und das heißt der part ist vorbei wo wir ansteuern da gehe ich noch in danke ich nein danke ich gehe jetzt dahin also ich habe kann er war dann hier ja wie sie ja die axt also hat segel bitte mal hier lassen wenn es geht sondern alles kaputt war siehst du hast du die gleiche insel das ist eine andere also noch bäume ich habe kokos los die ananas wurde es fände ich eine mango 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 sam heute machen wir sagen sehr gut an pflanzmittag scheiße ich habe keine ich habe kein platz mehr drei das muss loswerden weg mit der kerze so wird mit der kerze platziert platziert ja gefällt also ein einziges licht ja ich muss loswerden wasser melonsamen können wir behalten rüber weiße blube weg oh mein gott ich bin da fast voll mit einem jahr ist noch der teil fleisch platzieren jawohl wenn wir im samengefecht sehen ich habe keinen platz aber ich habe palm samen geht das ding steuert hier ein bisschen weg bist du ja halt 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 na also erstmal begebe ich dir deine axt zurück ja 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 unsere ding wasserbelohnsamen let's go naja ich habe ja getrunken man löscht den dos und lindert den hunger ja ich glaube die man gut werde ich jetzt einfach essen na gut da ist jetzt hier gebracht ja zuerst mal jetzt ja es haben ja fast vorher sei ich mir lohne da gießen dann können wir jetzt mal belohnen das schon hei wieder was ja schon wieder ein hei da würde ich sagen ich habe durst das aber setzen wir wie die segel regel in richtung ende des part ist ja ich gehst doch ohne ich setze die säge ich habe die säge gesetzt und damit beenden wir 27 sieben tage perfekt okay jetzt dann werde ich jetzt auch das spiel mal beenden und auch speichern jetzt beim nächsten mal weiter also was ich sagen und war tschüss bis zum nächsten mal ciao 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 ciao